Was geht ab YouTube? Tactics ist wieder back am Start mit einem GTA 5 Video für euch. Und zwar habe ich heute einen Solo-Unsichtbarkeits-Glitch, der ist richtig einfach. Also damit könnt ihr euren Körper unsichtbar machen, zum Beispiel euer Oberkörper. Und den kann wirklich jeder machen, ob weiblich oder männlich ist egal. Also den Charakteren meine ich. Und ja, wenn euch das Video gefällt, schreibt jetzt schon mal Hashtag geil in die Kommentare. Würde mich wieder freuen und lasst auch immer eine positive Bewertung da, weil der Glitch einfach noch funktioniert und Solo ist. Und ja, dann kommen wir jetzt erstmal zum Intro und danach zum Video. Viel Spaß! Was ihr für den Glitch machen müsst, ist einfach diesen Flight Suit als Outfit speichern. Ganz wichtig. Danach geht ihr vor einem Pool und wechselt einmal eure Handschuhe nach links. Ihr seht es hier, ich habe jetzt diese weißen chirurgischen Handschuhe. Und wenn ihr in den Pool geht, verschwindet der ganze Anzug und ihr habt nur noch diese Handschuhe an. Dann geht zweimal auf Motorradhelm und drückt zweimal X. Dann geht ihr wieder zurück und wechselt dann einfach das Outfit von eurem VIP. Genau. Ganz wichtig, ihr müsst VIP sein. Dann wechselt ihr es einmal im Pool und dann, wenn ihr draußen seid, nochmal zurück. Und dann werdet ihr sehen, dass bei keinem Anzug ihr komplett nackt seid, nur noch mit Badehose. Dann geht ihr wieder auf Accessoires, auf Handschuhe. Dann wechselt ihr einmal die Handschuhe wieder nach links und ihr werdet merken, ihr seid oberkörperfrei und unsichtbar. Was ihr jetzt machen müsst, ist ganz einfach rausgehen und abspeichern. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Aber ganz wichtig, wenn ihr jetzt nochmal nach links drückt mit den Handschuhen, dann ist das Ganze wieder weg. Dann müsst ihr es alles wieder neu machen. Das habe ich ein, zwei Mal gemacht, den Fehler. Macht es nicht auch noch, sonst ist das Outfit weg. Ihr seht es hier im Hintergrund. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen, lasst auch mal einen Daumen hoch da. Wir freuen uns ansonsten, ein Abole nicht vergessen. Und schreibt auf jeden Fall Hashtag geil in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Da sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.